Oh, Chocobo. Das wäre jetzt die Frage, wir können einmal hier rüber switchen. Oder runter wieder. Das bringt uns nicht so weit. Eigentlich wäre es auch irgendwie cool gewesen, wenn man in den verschiedenen Gebieten immer neue Schokobos bekommt. Aber man quasi auswählen muss, welches Chocobo man reiten will. Ich glaube, es könnte auch nervig sein. Aber wenn es einfach so ein, zwei Sachen gegeben hätte pro Region, dass du so ein altes, oh siebeneinhalbtausend, dass du einfach so ein altes Chocobo gebraucht hättest. Das war eins von den vorherigen. Also hier könnte der Weg sein zu dem Pilz. Vielleicht auch hier rum. Sieht gut aus. Nice. Wir sollten uns mit den Mogris bekannten. Mogri. Wir gehen rein. Let's go. Ich habe Bock, 3,30. Sechs Stück. Oh lul, da lag eine Bananenschale. Wow, genau das wollte ich. Warn. 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 ach komm 3 ich denke facken bomben war nass hin mann was los mit dir ich dachte ich komme da noch vorbei auf einer niedrigeren du kannst bis zu fünf mal von dem ob es ausgetrickst werden ich brauche das maximum sie sie Easy. Da steht erst 2 von 5. Wie ist er denn da jetzt hingekommen? Die machen mich fertig. Und warum ist der nicht drin? Hatte ich den nicht schon reingescheucht? Ich glaube nicht, ne? Wow. Ganz offensichtlich nicht. Nein, 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 nein. Wie das. Nice. Nur noch einer. Der Blobber, Mann. Let's gooo. Hehe, easy. Kupo? Gern geschehen, Kupo. Eins noch? Gibt es noch einen Gebiet? Krass. Kupo! Okay. Erstmal ein bisschen... kaufen. Chroniken. Mysterium. Gesteckte Attacke Ohrring. Werde ich niemals benutzen, glaube ich, aber... Wer weiß. Kupo! Kupo! Nice. Haben wir das. Kupof? Kupo? Und dann? Oder in der Haltestellung. Oh, nur Schokobo-Junges. Oh, ich kann mal kurz in die Synthese reinschauen. Allheilmittel kann ich auf jeden Fall bauen. Oh, hier Beruhigungsmittel und Audi. Nice. Damit haben wir Stufe 13. Wir können schon wieder neuen Stuff synthetisieren. Gigatrank. Offenbarung des Plans. Okay. Nur mehr Kosmonit. Davon werden wir bestimmt noch einiges finden. Oh ja, hier guck mal. Oh, was ist das denn? Talismann des Weltenbaums. Mit 6 Materia Slots. Verliked? Hm. Die haben wir schon mal gemacht. Oder? Ne, haben wir noch nicht. Dafür brauchen wir aber auch Ungeheuerhaut. Machen wir lieber das hier. Ah, guck mal hier. Talismann der Unterwelt plus. Hat zwar auch 6 Slots, aber die letzten beiden sind nicht verbunden. Und der hier. Ah, das. Ah, okay, okay, okay. Eines Halsband. Ach, das Ding. Ja, können wir mal machen für die Punkte. Auch wenn's Kleinkram ist. Die Ungeheuerhaut. Oh, weiter. Ne, doch. We need more stuff. Kann ich nicht einfach. Ich geh mal da hin und guck mal, ob ich den, ähm, den, äh, den, äh, den, äh, Turm im Norden oder in Richtung Norden reinnehmen kann. Gut, ist der da hinten? Maybe sogar. Tatsache. Ganz entspannt. Okay. Guck. 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 Krass, da hinten geht es auch mal ganz hin. Ob ich da hinten einfach zur Kampfaufgabe kann. Rechts von mir, oh Gott, das ist da oben drauf, mischt, vielleicht komme ich hier sogar zum Leben schreien. Das ist ein ganz langer Dunkelweg mit kleinen Lämpchen. Sieht ganz gut aus, aber auch ganz schön weit. Ähm, wann 60 FTS? Das war's dann! Alter, was ist das denn, ey? Seht ihr das? Junge, ist das scheiße. Einfach 10 FPS gehabt. Jetzt geht's wieder. Hat sich beruhigt. War wohl zu viel für die Playstation. Ich würde dir sagen, die läuft schon zu lange, aber die hat schon deutlich längere Sessions hinter sich. Oh, hier ist ein Hafen oder so. Hafenkonkosten. Hier komme ich bestimmt irgendwann nochmal zurück. Okay. 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 Der Lebensschrein. Äh, zum Lebensschrein bringt es uns auf jeden Fall nicht. Ich reite, ja, perfekt. Ein bisschen Nebel aufdecken hier. Oh Gott, hier ist sogar noch... Ah, da sind Hasis. Ares, du bist schon wieder am Weg. Blick. Gimmisdorf, Kosmonit. Nicht die schlechteste Ausgrabung. Äh. Mh, juh, 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 juh. So, okay. Was geht hier noch? Oh, der Heimweg. Ist das die Main Story hier? Schieb dich beiseite. Aufzug zur Oberfläche. Zur Oberfläche? Ist das ein Portpunkt? Yes. Ah, vielleicht fahre ich hier nach oben. Ach, das könnte sogar hier Cosmo Canyon sein. Sieht ganz gut aus, tatsächlich. Aber nö. Will ich noch nicht hin. Hallo? Warum kann ich nicht auf den Chocobo aufsteigen? Gott, ist das dämlich. Hallo? Und du bist es eben so. Auf zum Turm. Hör, wo ist er denn? Geblitzt. Was ist das? Merkbar nicht auf die Gegner. Und Schuss. Ach, Schuss, das Spiel ist aus. Oh. Oh. Okay. Hm. Mist. Hm. Muss ich eben holen. So. Turm noch. Okay, Chocobo. Wir haben doch schon längst erledigt hier. Don't be shy. Ich sag jetzt nicht, dass so ein Flugding doch. No. Bin. 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 Oh, fast noch vorbeigeflogen. Oder geflattert. Nein, nein, nein. Die, 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 die. gut ein noch dann haben wir die hälfte ungefähr so die Quelle nicht zu erkennen leider aber irgendwie auch nett wenn die so anzeigen hätten so ich bin jetzt auf dieser höhe und das hier ist zum beispiel viel höher dass ein kleiner pfeil dann wäre natürlich sehr smart vielleicht zu viel verlangt aber wie fliegt der dinge in den tal sie besagen dass sich der verletzte gott der zerstörung in trauer vorzeit nach einem heftigen kampf hierher zurückzog seine kaminrote färbung erklärt sich dadurch dass er für undenkbar lange zeit unter dem schutz dieser gegenstand das zweite schreien ok 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 ja ich weiß du konntest ihn stärken ich habe das zwei gefunden oder was gibt nur drei ok interessant na gut gucken ob ich noch zur lebensquelle rüberkomme irgendwie von hier oben ok es ist hell es ist hell hm ich glaube nicht ich kann nicht ich kann nicht mal hier runterhüpfen gehöre ich bin mir fällt auch gerade ein hier in dieser region fehlt uns ja auch noch die protosubstanz naja vielleicht sollten wir dann die story nochmal weiterführen ähm gab es hier so eine bank so eine gratis bank wär schon smart aber gibt es nicht oh doch da ah ja doch saß ich doch schon drauf ja komm ey ich muss da muss ich da ganz rumlaufen ihr wollt mich doch verarschen kann ich mich nicht mehr kurz setzen ja fantastisch so boys and girls ich hau mich jetzt weg oder so ruhig kann man nun wieder speichern ok dann machen wir erstmal weiter und zwar würde ich vorschlagen dass wir mal Richtung des auftrags dagegen mit dem chokobot fliegerei der chokobot fliegerei der die das ich weiß nur nicht wo ich hin was was glaube ich könnte hier rumlaufen ja das sieht gut aus sieht gut aus für die synthese und so brauchte ich noch diese ungeheuer geschichten das heißt eigentlich müsste ich alles was an monstern unterwegs auftaucht töten schock hier schock da hochwertige ungeheuerhaut perfekt genau das wollten wir hier das ist die das ist die Ach, da war die Schokoppe-Geschichte, dann waren wir da schon. Ja, perfekt. Ja, der Monster ist hier natürlich gut. Ja. 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 Jetzt oder nie. Eins nach dem anderen. Zack. Eine ungeheuer Haut. Vermahle Leid. Okay, dann guck ich hier hinter, da müsste es sein. Hallo. Wink. Wink. Sag mal, Shani. Eigentlich willst du doch wieder auf Aponi reiten, oder? Warum? Ich reite nie mehr. Hm. Hm. Bild. Bild. Wir waren so ein eingespieltes Gespann. Mir hatte es auch nur den kleinsten Unfall gegeben. Ich war schuld, dass es bei einem Rennen zu einem folgenschweren Unfall kam. So schmerzhaft es ohnehin schon war, das hätte auch noch deutlich schlimmer ausgehen können. Wenn ich gut daran denke, wird mir ganz anders. Nichts. Lass mich einfach allein. Ja. Ist ja gut. Chill. Verstehe. Na gut. Dann muss ich wohl weiter auf Aponi reiten. Hm. 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 Musst du wohl. Ah ne. Ich wollte ja hier... Tissi machen. Boah. Komm. Kosmonie, Chrom, Erz, Muggel, Medaille. Wie heißt das? Nicht die beste... Belohnung, ne? Na, gucken wir es mal an. Be, 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 Be. Ah. Nö. OK, dann kann ich das einfach eine. Kann ich das einfach erneut versuchen? 爾. Aha. Ich schätze mal, dass ich jetzt hier auch wieder alle Points brauche. »Boah.… ooooh.« Da hin ist das Spiel. einfach ganz entspannt runter gleiten für wirklichen ziele vorausschauend abarbeiten ja ja so will dazu einfach mal mit profis ja 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 ja